Der Subcon Brunnen Lichtung säubere den alten Brunnen Schrift des Tages Allegro Okay Läuft der Stream jetzt eigentlich besser? Hey, da hätten sie natürlich diese Geister Ich muss hier sogar lang Nein, aber danke Das läutet man Oh Okay Oh 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 gibt es noch eine Menge Geld für einen Wunschbrunnen Quatsch, ich könnte zu anderen Schenken passen Multifunktionsbrunnen Schreie aber Der kleine Nightmare-Series möchte gerne aus dem Bällebad abgeholt werden Werden die immer automatisch ausgerü... ...nervig werden... ... 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 sie nicht aktivieren ja das ist es vielleicht auch eine frage und track komplett pakete zu sehen meine lakaien machen das bin ich gerade ertrunken während ich oben ich weiß ich weiß ich weiß Lang! Tag 9. Ich dachte erst, ich sah einen Turm aus den Bäumen hervorragend, widerlichen Sumpfstand, aber anscheinend ist es einfach nur ein großhalter Brunnen, sagte es mir der Snatcher. Erst dachte ich, er sei einfach nett, weil er mir gesagt hat, welches Zeug ich suchen kann. Aber dann sagte er mir, ich soll da runterklettern, wo es dunkel und stinkend ist. Sollten Erwachsene normalerweise nicht Kinder von Brunnen fernhalten? Bist du gerade über den Typ, der dir deine Seele geklaut hat? Ja, kannst du dir die Frage wohl selbst beantworten. Zeitriss blau, Zeitstückgesicht. Zerschmettert, das Zeitstück hat einen Zeitriss erschaffen. Okay. Passt zu. Please, disregard my twitchy behavior. My body has been to places that have left a permanent mark. Okay. Bist halt ein bisschen nervös, da wird man halt mal hibbel legen. Ja. 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 Das war's für heute. 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 Okay. 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 Quatsch Ich habe ein paar Probleme Ich weiß nicht ob ich hier rumlaufen soll Ob ich denn jetzt einen übersehen Ich fühle mich so interessant wie manche Dinge einfach nicht übersetzt wurden Da oben Take that Ich weiß nicht Ich weiß nicht